Der heutige Sonntag bringt uns einerseits den Sturmhöhepunkt und andererseits auch den Temperaturhöhepunkt. Im Vorfeld von Tief Uwe kommt ein Schwall sehr milder Luft und da merken wir einfach, die Sonne steht schon höher. Wir sind jetzt in Richtung Mitte Februar und da kann es schon ziemlich mild werden. Und hier liegt Tief Uwe mit seinem Kern über der Nordsee. Im Vorfeld kommt die sehr milde Luft aus den Alpen herausgezogen, rückseitig dann deutlich kältere Luft. Begleitet wird das Ganze von starkem bis stürmischem Wind. Und das Windfeld zieht vor allen Dingen über die Mitte und den Süden, gerade so im Schwarzwald und auch auf der Alb, so wie im Allgäu im Alpenvorland, dann Richtung Holledau und in den Mittelgebirgen. Da ist der Wind mit Abstand am kräftigsten begleitet und wird das Ganze von diesem Regengebiet. Anfangs fällt hier auf dem Brocken im Harz noch Schnee. Das geht auch hier dann kurz in Regen über, zieht nach Nordosten ab. Von Westen kommt die Kaltfront herangezogen und dann wird es zumindest in den Hochlagen am späteren Nachmittag des Schwarzwaldes, dann Taunus, auch Hunsrück, Eifel, Westerwald und Sauerland, dann allmählich in Schnee übergehen in den Abendstunden sowieso. Interessant ist es im Südosten, hier haben wir anfangs Föhn. Wenn der Föhn zusammenbricht, beginnt es zu regnen und das geht ruckzuck dann vom Oberallgäu her in Schnee über. Und die Föhnfenster im Südosten, die werden nochmal richtig aufgerissen, sonst zieht das Regengebiet durch. Die Sonnenscheinfenster im Nordosten, die schließen sich, der Regen kommt hier an und hinter dem Dauerregengebiet folgt dann dieses Schauerwetter, teils mit Graupel und kurzen Gewittern in den Bergen eben mit Schnee. Am Alpenrand drückt die ganze Zeit noch der Föhn dagegen, wenn es allerdings zum Spätnachmittag hingeht, bricht der Föhn zusammen. Mit dem Föhn sind bis zu 15 Grad drin, sonst liegen die Höchstwerte bei 6 bis 12 Grad. Das ist natürlich für die Jahreszeit sehr, sehr mild. In den Abendstunden zieht das Regenbiet eher in den Norden, im Süden haben wir Schauerwetter und diese Schauer gehen dann nach und nach in den Mittelgebirgen in Schnee über. Und vor allen Dingen vom Sauerland bis zum Bayerischen Wald müssen wir teils mit großer Glätte rechnen.